Heuer ist Ostern, relativ früh im Jahr, aber das österliche Ritual bleibt. Ostern bietet eine Reihe von Möglichkeiten, außer Osterbräuchen und Osterhandwerk das Fest zu begehen. Im christlichen Glauben hat Ostern seine besondere Bedeutung. Grundsätzlich ist es so, wenn man den biblischen Befund nimmt, dass Christus am Ostermorgen auferstanden ist, das war der Sonntag. Und wir feiern zum Beispiel auch in Kapfenberg in einer der Pfarrkirchen auch um 5 Uhr in der Früh den Auferstehungsgottesdienst. Aber auch aus praktikablen Gründen gibt es in vielen Kirchen bereits am Samstag am Abend die Auferstehungsfeier. Das hängt wiederum mit dem jüdischen Denken zusammen, nämlich der neue Tag beginnt mit dem Aufgang des ersten Abendsternes. Also eigentlich mit Samstag am Abend, nach unserem Verständnis, ist schon der neue Tag, nämlich der Sonntag, nach jüdischem Verständnis angebrochen. Gerade für Kinder und Jugendliche bleiben oft viele Fragen offen. Welche sind die häufigsten Fragen, die an einen Geistlichen gerichtet werden? Ja, ich bin erstaunt, dass immer wieder Kinder fragen, warum dieser Christus am Kreuz hängt. Warum hängen die Christen dieses Kreuz an ihre Wände? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wohl eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Die kann man nicht so weiters beantworten. Ich habe für mich eine vorläufige Antwort gefunden. Sie besteht darin, dass ich sage, die Liebe Gottes, aber auch die zwischenmenschliche Liebe ist in vielen Bereichen ohnmächtig. Also sie zeigt sich nicht immer so, wie man sich das vorstellt, dass das Gute sofort siegt. Aber das Auferstehungsfest will dann auch aufzeigen, derjenige, der den längeren Atem hat, der darf darauf vertrauen, dass das Leben letztlich das Sagen hat, dass die Liebe siegen wird. Und die Kinder verstehen natürlich vieles noch nicht aufgrund ihrer Lebenserfahrung. Aber sie können sehr wohl viel damit anfangen, wenn wir sagen, Ostern hat etwas mit Frühlingserwachen zu tun. Und wenn wir dann auf die Kokosblumen oder auf andere Pflanzen hinweisen, ich glaube, dann versteht es jedes Kind. Was sie nicht verstehen können, ist, warum der Osterhase die Eier bringt. Aber eines lässt uns mutig stimmen. Denn was wünscht man denn zu diesen Festtagen? Frohe Ostern! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.